Schmackerfatz, lecker, nichts arbeiten. Riesiges Problem mit Sozialstaat Nummer 1, Deutschland, dass nicht arbeiten inzentiviert wird. Das heißt, wenn ich es fördere, wenn ich es mit Geld fördere, also Leuten schmackhaft machen, die sagen, schmackerfatz, lecker, nichts arbeiten, super, kriege ich Bürgergeld. Und ich mache es ihnen so attraktiv, nicht arbeiten zu müssen, dann werden sie genau das tun. Ich fördere die Faulheit, die Nichtschaffenskraft in einem Land. Und wir stehen doch eigentlich, wir schwaben vor allem, für Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Wir arbeiten hier. Guckt euch Kian und mich an, was wir euch die ganze Zeit sagen. 24-7, die ganze Zeit, deswegen sind wir so weit gekommen, weil wir reinhauen, weil wir was bewegen wollen für unser Leben, unsere Familien, für unser Umfeld. Und jetzt wird das Gegenteil getan. Wir inzentivieren das Nichtstun, indem wir den Sozialstaat aufplustern, indem wir quasi den Leuten sagen, ihr müsst nichts tun, ihr werdet immer genügend Geld haben.